Hier wird jeder geblitzt und manche sogar mehrfach. Blitzlichtgewitter auf der Frankfurter Allee in Berlin. Dieser Blitzer geht an den Weihnachtsfeiertagen in den Party-Modus. Hunderte verwirrte Autofahrer treten verunsichert auf die Bremse. Der Verkehr staut sich. Die Polizei muss anrücken. Zu sechst bändigen die Beamten das außer Kontrolle geratene Gerät und kleben es zu. Warum der Blitzer durchdrehte? Unklar, möglicherweise ein technischer Defekt. Bußgeldbescheide haben die hier geblitzten Autofahrer aber nicht zu befürchten.